was geht ab meine liebe man hier am start hier neue runde fett banker wird jetzt mal angeholzt guck mal was hier geht vielleicht geht ja hier mal endlich wieder eine flatsche ab wir gehen rein mal zwei was soll auch anderes kommen vielleicht bringt er mal ein multi von alleine da rein den vergammelten müllsäcken zwei zum start können wir auf jeden fall mit arbeiten und haben müssen jetzt auch nachziehen hier guck dich mal an da dauert alles schon wieder zu lang warum jetzt mal auf einer rutsche hier drei dinge das wäre auch mal was so aktionen mäßig wo man ja eh nicht mit rechnet sagen wir mal so lange nicht erlebt naja 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 wir gehen in die nächste runde mal 9 also jetzt ist die chance da wenn jetzt nichts kommt dann müssten eigentlich mir sofort gleich noch die haare ausfallen so komm ok guter start jetzt kommen direkt zwei hinterher vorne stehen bleiben damit du wenigstens jede runde in die wind kriegst das wäre mal so ein wunsch guckt euch mal an auf mal 9 sind das schon ganz andere messen die der hier rein schmeißt und jetzt vorne ein war ich mal hinten oh das war gut das war wichtig jetzt war ein paar gute symbole werden nicht schlecht damit können wir arbeiten ok hat der da die weiber durchgezogen jetzt ach ja gut können wir noch zufrieden sein auf jeden fall jetzt noch ein auto oh bitte kommt zurück nein mein gott da kommt die scheißkarre da noch angerutscht für nix man 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 gerade jetzt wo der hätte richtig zwiebeln können meine fresse wieder mal 9 geht denn hier ab boah das war jetzt eine dicke chance gewesen shit man ja leute auf jeden fall für alle die wüsste man wo ich hier online am peitschen bin leute checkt mal die kommentare ab ganz unten seht ihr in den kommentaren erst kommentars angepinnt einen blauen link der führt zu meiner whatsapp gruppe da kriegt ihr jeden tag alle infos wo ich am rumballern bin ohne pause ohne gebühren ohne dies ohne das da könnt ihr live casino freispiele kaufen und so weiter und so fort kommt einfach mal da rein und ja man ich werde da jeden tag alle infos rein posten ihr könnt mich auch privat anschreiben dann gebe ich die infos euch so wie gesagt kommen wir zwar mal ein paar müllsäcke rein hier gut gute position jetzt mal eine runde weiter kommen mein gott das macht einen unterschied von tausenden von euros die winne mal an mann Die Müll-Symbole, die will keiner sehen. Ja gut. Mann, geh doch zuerst nach hinten, ey. Oh Gott. Mal elf, wer würde der vorne stehen? Guck dich mal an, ey. Mein Gott. Ey, das ist doch jetzt echt mal Pech, ne? Davor die Runde fällt die Sackkarre da vorbei. Jetzt kommt der rein und dann noch mit Multi und dann noch nach hinten. Und ei, ei, ei. Also da kam jetzt wieder alles auf einmal hier. Ach, komm, hör doch auf. Na gut, 65 Papp-Chinesen, am Anfang geht der noch fit. Aber das war jetzt ärgerlich, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ja, gut, komm. Was gut zu machen. Aber das sind so Dinge, die der haben muss, ne? Und wenn du dann da in der vierten Zone bist, und der vernünftig steht, da kann er locker, ganz, ganz locker, 1.000, 2.000 Euro bezahlen. Ich ziehe auf mal zwei. Muss natürlich schon froh sein, wenn du wieder so Richtung 200 Euro zurückkriegst. Weil das ist nämlich schon schwierig genug. Aber ich sag ja immer wieder, also bei dem Spiel darfst du die Hoffnung nicht aufgeben. Dann geht dir vielleicht manchmal so zwei, drei Runden auf den Sack. Aber dann kriegst du auch mal wieder so ein paar Runden, wo der sich hält. Oder plus, minus oder wie auch immer. Ja, dann kommt aber auch irgendwann mal eine Runde rein. Da passt dir kein Hut mehr. Ja, mit mal zwei natürlich nicht, aber... Naja. Sehr gut. Hallchild. Hallchi? Ne? Zeig? Zeig? Ja, das gibt keinen mehr, das können wir knicken, man. Das ist vielleicht noch 50 Euro hier zusammen oder was? Klar, da sind sie doch schon. Ich frage mich, wann wir mal hier den Durchmarsch machen. Ich frage mich echt mal, wann wir mal die Möglichkeit kriegen, hier durchzufahren. Machen wir uns mal ein Stück Schokolade im Hals hier. Ich frage mich. 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 Wir hatten jetzt die guten Chancen gehabt mit den Malneunern. da hätte der einen durchpfeffern müssen. Jetzt die letzten Runden seht ihr ja selber, da kam es jetzt immer nur diese vergammelte mal 2 rein. Und da kommt leider nichts bei rum. Das ist das Problem. Vor allen Dingen, wir kommen ja auch nicht in die 4. Zone rein, dass du sagst, ja gut. Da machst du wenigstens nochmal plus minus null oder was. Also wir sind hier die ganze Zeit in der dritten Zone am rumpoltern, so wie jetzt. Aber wir kommen keinen Meter nach vorne, weil wir da dann irgendwie keine Wilds mehr bekommen. Vielleicht 1 oder was und dann war es das. Das ist das Problem an der Geschichte. Man muss sich schon über sowas dann freuen. Damit der Schaden am Ende nicht zu groß ist, Mann. Ja, super. Der goldene Lötkolben kommt dann wieder nicht aus der Garage. Na, was will zu machen, Mann? Wir gucken uns das nochmal an hier. Immer einen höheren Multi, ey. Mein Gott. Mal vier, damit können wir ja schon mal wieder ein bisschen hantieren. Wenn denn was passiert, sagen wir mal so, ne? Boah. Gut. . Jetzt sieht alles so gut aus vom Start und dann kommt nur noch Scheißdreck da rein. Junge, Junge, Junge. So einen guten Start, zack, 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 und dann kommt nur noch Käse, Mann. Der ist ein bisschen schwierig hier heute. Die ersten Runden waren nicht schlecht. Ein paar Euro hier, ein paar Euro da, aber jetzt? Mein Gott, ey. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Aber ja gut, wie gesagt, so Sessions, Leute. Ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur so Top-Videos da hochlade, wo ich mal 5, 6, 10, 15.000 gewinne oder 30.000 oder was weiß ich was. Da gibt es dann halt auch mal solche, wo dann halt mal wenig bis gar nichts passiert. Oder vielleicht mal ein Ding reinkommt und ja, da knallt es dann halt. Man kann ja auch nicht jedes Mal hier verlangen, dass das irgendwie direkt von Anfang an, das wäre ja natürlich das Schönste der Welt. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Guckt euch den Start an. Das ist ein Traumstart im Normalfall. Das sieht noch alles eigentlich zu perfekt schon wieder aus. Wir warten ab. Werde jetzt mal reingekommen. Also jetzt im nächsten Spiel wird ja noch sagen, okay, wer weiß, was hat der vor. Aber die Luft wird dann immer dünner. Guck dich mal an, wie viele Spiele da, wenn da kein vergammeltes Wild da reinkommt. Jetzt mit 8 von Kraft. Gut, wir haben noch zwei Spiele. Der steht ganz vorne. Uns fehlen jetzt im Endeffekt zwei Wilds. Ja, wer weiß, wir schauen. Leute, wenn er jetzt noch weitergehen würde mit x6, ne? Dass der dann hier zwiebelt wie Hechtssuppe, brauche ich euch ja nicht zu erzählen, ne? Scheißdreck, man. Guckt euch die Gewinne an. Komm, Auto. Nein, Mann. Mann, 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 Mann. Gut, Leute, damit machen wir den Part auch mal dicht. Dann gucken wir mal im nächsten Part, wie das hier weitergeht. Wie gesagt, eine riesen Chance jetzt noch mal zum Schluss. Wir haben unsere Balance verdoppelt. Und wie gesagt, Leute, checkt die WhatsApp-Gruppe ab. Kann das nicht oft genug sagen. Weil, wie gesagt, wenn ihr schon zocken wollt, dann zockt vernünftig. Und ja, entweder Hopp oder Topp. So wie es halt ist beim Zocken. Oh, drei, Mann.